Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuesten Videoblog. Mein Name ist Deute Schönfeld und ich bin Heilpraktikerin. In meiner alltäglichen Praxis hat sich mehr und mehr die Behandlung von Schmerzpatienten etabliert. Natürlich behandle ich auch alle anderen Erkrankungen im Sinne der Naturheilkunde, wobei mein Leitsatz dabei ist, es kann alles therapiert werden, was nur gestört ist und nicht zerstört. Ja, aber der Schwerpunkt, den Schwerpunkt meiner Praxis bildet, wie gesagt, mittlerweile die naturheilkundliche Schmerztherapie. Wenn Sie selbst Schmerzen haben und schon vieles probiert haben oder gar aus schulmedizinischer Sicht als austherapiert gelten, kann ich Ihnen mit diesem Video vielleicht ein paar neue Eindrücke vermitteln, ein paar andere Ansätze vorstellen, wie man an Schmerzen therapeutisch noch herangehen kann, eben auf naturheilkundliche Art und Weise. Viele Patienten kommen zu uns Heilpraktiker oftmals erst, wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß oder wenn nur noch ein invasiver Eingriff, also eine OP als Option ansteht oder wenn vom Arzt gesagt wurde, dass sie ihr Leben lang gegen die Schmerzen Tabletten nehmen müssen oder noch stärkere Mittel zu sich nehmen müssen, was viele Patienten nicht wollen oder eventuell eben gucken, ob es noch andere Möglichkeiten, andere Wege für sie gibt. So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich die Erkrankungen und die Schmerzzustände und so verschieden sind die dafür passenden Therapieverfahren. Grundsätzlich gilt, wie bei kürzlich entstandenen Erkrankungen, so gilt auch für akut aufkommende Schmerzen, dass oftmals ein schneller Therapieerfolg zu erzielen ist. Und im Gegensatz dazu bei lang anhaltenden Schmerzen, also bei chronischen Schmerzen, ist natürlich eben Geduld vom Patienten und vom Therapeuten auch wichtig und eben auch ganz besonders, das möchte ich betonen, die Mithilfe vom Patienten wichtig. Eben auf dem Weg zur Schmerzlinderung und zur Schmerzfreiheit, denn oftmals sind gerade hier Änderungen der Lebensumstände vonnöten, um eine langfristige und effektive Beschwerdefreiheit zu erreichen. Ja, fangen wir mit der Akupunktur an. Die Akupunktur ist ein sehr altes Verfahren aus der traditionellen chinesischen Medizin, die sich nun mittlerweile hier auch im Westen schon lange etabliert hat. Gerade in der Schmerztherapie kann die Nadelang auf bestimmten Punkten auf den Meridianen, auf den sogenannten Leitbahnen des Körpers, die den ganzen Körper durchziehen, an bestimmten Punkten eben für die Lösung von Stagnation und Blockaden sorgen. Und dadurch ist ein freier Fluss von Ski und Blut wieder möglich. Und das führt im Sinne der GCM zur Beschwerdefreiheit. Dann kommen wir zur Ohrakupunktur. Hier haben wir das Abbild einer Ohrmuschel. Stellen Sie sich ein Embryo vor mit dem Kopf nach unten im Mutterleib. Hier unten ist der Kopf. Dann haben wir die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, hier oben die Füßchen und so weiter. Und durch die Stimulation mit Akupunkturnadeln oder auch winzigen Dauernadeln auf den Reflexzonen können wir die schmerzhaften Körperpartien positiv beeinflussen. Und gerade in der akuten Schmerztherapie hat sich das eben sehr befehlt. Kommen wir nun zur LNB-Schmerztherapie oder zur Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht. Im Gegensatz zur Akupunktur ist es noch eine relativ junge Methode. Das Verfahren wird von Roland Liebscher und Frau Dr. Petra Bracht seit über 20 Jahren allerdings nun auch schon entwickelt und immer weiter entwickelt. Hier arbeitet der Therapeut mit seinen Händen, mit seinen Fingern, mit seinen Daumen, manchmal auch mit den Ellenbogen. Und nach einer genauen Schmerzanamnese wird dann eine sogenannte Schmerzpunktpressur oder Osteopressur durchgeführt. Das geschieht dann für einen Zeitraum von circa 30 bis 120 Sekunden an einem Punkt, was durchaus sehr schmerzhaft sein kann, je nachdem welche Körperpartie es ist, sind das zum Teil zwei bis 20 Punkte, die dort stimuliert werden, eben durch einen starken Reiz, der wie gesagt wenig schmerzhaft ist. Aber der ist halt wichtig, damit wirklich Rezeptoren im Gewebe erreicht werden und dann über eine Umschaltung des Schmerzes im Gehirn eben eine Entspannung des Gewebes stattfinden kann. Und dadurch lässt sich oft der Schmerz in den Strukturen direkt spürbar bei der Behandlung oder nach der Behandlung deutlich senken oder es kann sogar zu einer Schmerzfreiheit kommen. Der zweite Teil ist aber mindestens genauso wichtig, gerade bei chronischen Schmerzen eigentlich fast noch wichtiger. Das sind nämlich die Hausaufgaben, die der Patient nach Hause kriegt in Form von individuellen Übungen, je nach seinem Schmerzzustand. Da sollte der Patient dann täglich fünf bis 15 Minuten investieren, um eben aus den gewohnten Mustern rauszukommen. Denn man kann sich vorstellen, wer eben nun mal zum Beispiel beruflich bedingt den ganzen Tag am Computer sitzt, in der Haltung, immer die Maushaltung hat. Oder ein Kfz-Mechaniker, der über Kopf arbeitet, der tut seinem Körper über die Jahre hinweg ein unnatürliches Bewegungsmuster an. Er trainiert praktisch ein unnatürliches Bewegungsmuster an und früher oder später führt das zu Schmerzen. Da kann kein Patient erwarten, dass ein Therapeut oder irgendein Therapieverfahren ihn da komplett rausbringt, wenn diese Umstände nicht geändert werden und da gegengearbeitet wird. Und das geht mit speziellen Übungen, zum Teil fünf Minuten, damit man schmerzfrei bleibt bis ins hohe Lebensalter. Also die Verantwortung kann dafür nicht abgegeben werden. Jeder ist für das Funktionieren seines Körpers selbst verantwortlich. Und um erstmal aus diesen akuten oder auch chronischen Zuständen herauszukommen, hilft die LNB-Schmerztherapie sehr gut dabei und durch diese Übungen, die gegeben werden, um dieses Ziel einfach auf lange Sicht schmerzfrei zu werden, gut zu erreichen. Nun kommen wir zur Blutegeltherapie. Die Tierchen werden gerne eingesetzt bei entzündlichen und degenerativen Erkrankungen, so zum Beispiel bei Sehnen- und Schmerzgussschäden, Bänder-Rupturen, Schwellungen kann man gut damit behandeln. Die Blutegel geben dann, wenn sie sich angesaugt haben, an der Haut entzündungshemmende und schmerzstillende Stoffe ab, in die Wunde ein. Ja, der Stoffwechsel in diesem Gebiet wird enorm angeregt und Heilungsprozesse werden so gefördert. Informieren Sie sich also gerne genauer nochmal über diese kleinen Tierchen. Schropfen und Guasher sind zwei sehr alte, aber effektive Methoden, um Schulter-Nacken-Verspannungen zu lindern, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen in diesem ganzen Bereich, was meistens durch muskuläre Dysbalancen ausgelöst ist, mit verschiedenen Hilfsmitteln. Hier ist so ein traditionelles Guasher-Werkzeug oder Schropfgläser zum Trockenschropfen und zur Schropfmassage wird direkt auf den verspannten Strukturen gearbeitet. Es wird die Durchblutung angeregt, die Strukturen werden besser mit Nährstoffen versorgt, aber auch Schlacken werden besser abtransportiert und so empfindet der Patient meistens direkt nach und bei der Behandlung eine Erleichterung in diesem gesamten verspannten Gebiet. Die Enzymtherapie, die Pflanzenheilkunde, die Hymopathie und die Hymosiniatrie, wende ich in meiner Praxis meistens zusätzlich zu anderen Verfahren an. Aber grundsätzlich gilt, dass alle von mir genannten Verfahren in Kombination mit naturheilkundlichen oder auch mit schulmedizinischen Verfahren angewandt werden können. Wenn Sie weitergehendes Interesse haben, weil das wirklich nur eine Kurzbeschreibung ist, dann gehen Sie gerne auf meine Homepage. Da werden die ganzen Verfahren nochmal ausführlich beschrieben und zum Teil gibt es dann auch noch ein kleines eigenes Video. Nach der Erstuntersuchung an Amnese und in Beratung wird für jeden Patienten dann ein individuelles Therapiekonzept erstellt. Ja und falls ich dann doch mal nicht weiterhelfen kann oder sehe, ein anderes Verfahren, was vielleicht ich nicht anbiete, ist sinnvoller, dann schicke ich Sie gerne an Kollegen weiter, zum Beispiel die Osteopathie sei hier genannt oder vielleicht doch mal etwas invasivere Verfahren wie die Chiropraktik, Atlas-Therapie. Also es gibt noch einige Möglichkeiten mehr und so muss man erstmal bei jedem Patienten genau hinschauen, was hat er und wie kann man ihm vielleicht helfen. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich wünsche Ihnen eine schmerzfreie Zeit. Bis dahin!